Hi Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Samstag. Ich habe bei Miko geschlafen und eigentlich sind wir durchgehend das ganze Wochenende mal beieinander. Aber ich bin jetzt zu Hause. Miko ist nämlich krank. Gestern ging es ihm gar nicht gut, aber heute geht es schon wieder ein bisschen besser. Ich wollte heute was mit Lamia machen. Und zwar wollte ich erst mit der zu Bubble Tea trinken gehen, aber dann habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht mit dem Fahrrad nach Edeka fahren und dann da ein paar Senex holen. Ich hoffe, das klappt. Dann wollte ich mit meinem Papa Lamia Carlos und Odin zum See fahren, weil, keine Ahnung, ich habe irgendwie Lust, dass Odin zum See geht. Ein bisschen schwimmen geht und ja, Miko meint selber, ich soll irgendwas machen, damit ich mich nicht so langweile, weil er ist ja krank. Deswegen mache ich jetzt einfach ein bisschen was und heute Abend gehe ich dann wieder zu Miko. Ich fühle mich auf jeden Fall auf, wie ich aussehe. Ich war zwar schon duschen, außer meinen Haaren, aber ich mache mich gleich auf jeden Fall noch ein bisschen fertig. Meine Augenbrauen müssen komplett wieder mal gemacht werden, weil überall Haare. Ich bin jetzt in meinem Zimmer und ich werde mich jetzt ein bisschen schminken. Lamia hat jetzt auf einmal doch keine Lust mehr mit mir, was zu machen. Hier sind ich auch noch richtige, ihr wisst ja noch, wo ich hier Pickel hatte. Das sind jetzt Pickelmale geworden. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt einfach fertig, damit ich mich ein bisschen schöner fühle und mich auch zeigen kann, weil ich schäme mich gerade schon so irgendwie gerade zu sein vor der Kamera. Ich muss jetzt noch eineinhalb Stunden warten, bis mein Vater kommt, aber ich will nicht so lang warten, bis ich irgendwas machen kann. So, ich mache mich ja jetzt gerade erst mal fertig, aber keine Ahnung, mein Vater kommt erst so um halb sechs. Also um halb sechs ist er fertig mit Duschen und alles. Fun Fact über mich, ich hasse es wirklich nicht, nicht, also nichts zu machen. Ich hasse es einfach nichts zu machen. Ich mag es nicht, einfach nur zu Hause zu gammeln. Ich kann das gar nicht. Ich muss am liebsten, wenn es dann mir gehen würde, jeden Tag irgendwas machen. Ich habe jetzt hier schon meinen Under-Brightener, Under-Eye-Brightener benutzt. Ich mache jetzt einfach noch ein bisschen Concealer. und ich habe gerade auch ein paar Insta-Stories aufgenommen, weil ich noch nichts in der Story hatte. Leute, ich hoffe, dass ich irgendwas mache. Das Wetter ist so, so schön. Ich kann es euch zeigen. Einfach so gutes Wetter. Ich mache gerade Bronzer und ich kann euch den von Milk auf jeden Fall empfehlen. Bis jetzt habe ich eigentlich noch nicht so großen anderen getestet, außer den hier von Douglas von der Eigenmarke. Das ist aber halt so Puder. Ja, den habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Ich benutze immer nur den von Milk. Aber falls ihr noch einen guten kennt, dann schreibt mir das auf jeden Fall. Ich würde auch gerne wieder so neue Sachen ausprobieren. Deswegen, falls ihr irgendwelche guten, guten Produkte habt, dann schreibt mir das mal gerne. Ich habe ja hier auch mein Charlotte Tilbury-Ding. Und ich finde das auch mega gut, aber davon gibt es ja auch ganz viele neue. Ich bin auch am überlegen, ob die vielleicht auch gut sind. Oder ich würde auch gerne mal Produkte von NARS ausprobieren, besonders den Concealer. Ich benutze ja jetzt immer den von Catrice. Aber ich würde den halt voll gerne einfach mal ausprobieren und zu gucken, wie der ist. Weil ich höre davon eigentlich nur Gutes oder von Too Faced oder Tarte. Also diese Marken sollen ja mega gut sein für Concealer. Und ja, das wollte ich halt schon länger ausprobieren. Aber ich traue mich erstens nie im Laden zu fragen, welche Farbe zu mir passt, weil ich dazu auch zu blöd bin, um das selber herauszufinden. Weil ich mache das immer falsch und ich brauche dafür einfach Hilfe. Und ich glaube, bei NARS muss man halt Sachen bestellen. Weil ich glaube, das gibt es einfach in vielen Läden nicht mehr, glaube ich. Ich weiß gerade nicht. Und über online weiß ich schon recht nicht, welche Farbe zu mir passt. So, ich bin fertig geschminkt. Ihr seht's. Auf jeden Fall mache ich jetzt meine Haare. Äh, ich muss die nämlich glätten, weil ihr wisst, ich mag das nicht, wie sie so sind. Die sind auch, hier haben die so einen Knick, weil ich die die ganze Zeit in so einem Zopf hatte. Wir sind jetzt gerade 16 Uhr, das heißt, in einer Stunde ist mein Vater zu Hause. Ich mache jetzt meine Haare, wie gesagt, und mache da ein bisschen TikToks. Und, ähm, ja, dann habe ich mich schon mal fertig gemacht. Da mache ich toll übrigens immer meine Haare, ähm, auf beim Glätten. Tada. Jetzt lehre ich meine Haare. Leute, ich habe jetzt Lamia dazu verdonnert, vor mir Bilder zu machen. Ich habe ganz heute schon TikToks gemacht. Und, weil ich mich so gut fühle und die Sonne scheint, dachte ich mir, wir machen jetzt auch noch Fotos. Komm mal, nah, nur dass man so hier, man, hier sieht, meine Lippen. Nur so nah, weißt du? Ja, nicht so nah, dass es so ist. So, checkst du, dass es so aussieht? So nah. Einfach hier der Bereich nur. Mit Lamia Fotos zu machen ist ein Kampf. Sie hat nie Bock. Wir versuchen es jetzt auf diesen schwarzen Stühlen. Fotos sind gemacht. Und wie sieht ich aus? Gut. Danke. Ami, ja. Warte, ich habe auch was gerade anzukommen. So. Wir sind wieder unterwegs. Mit Odin. Wir gehen nämlich... Mein Gott. Das sind kleine Kinder. Kleine kleine Kinder. Und ein Hund. Odin. Odin. So Leute, wir sind jetzt spazieren. Mit Lamia und Odin. Es gab nämlich eine kleine Planänderung. Und zwar gehen wir nicht zum See. Schade. Hätte ich gerne gemacht für Odin. Aber wir gehen einfach nächste Woche, weil... Irgendwie hatte keiner Bock. Also Carlos hatte keinen Bock. Meine Mutter hatte nicht viel Bock. Deswegen haben Lamia und ich jetzt einfach uns dazu entschieden, mit Odin wenigstens spazieren zu gehen, damit wir uns nicht so schlecht fühlen für ihn. Und das Licht ist hier wieder so doof. Und dass wir dann gleich nach Edeka fahren mit dem Fahrrad. Ja, das wollte ich gerade sagen. Mann. Ich wollte das ganz gut machen. Ja, ist schon eine kleine Strecke. Aber Lamia schafft das schon, hoffentlich. Hoffentlich schaffe ich das, weil ich hasse Fahrradfahren. Aber wir wollen ein paar Snacks kaufen. Lamia darf sich Snacks aussuchen. Und ich wollte auch ein bisschen Gummibärchen. Odin, Odin. Der isst irgendwas. Nein. Ich wollte ein bisschen Gummibärchen haben, weil ich liebe Gummibärchen. Ich verstehe die Leute ja gar nicht, die Chips essen. Das ist ja so Miko. Er isst nur Chips. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin Gummibärchen-Team. Ja, und dann wollte ich für Miko noch sein Lieblings-Arizona-Getränk holen. Oh, wir sind ja schon an Oma vorbei gelaufen. Ja, lass noch... Ja, lass lieber zurück. Für Miko sein Lieblings-Getränk kaufen, weil er krank ist. Und deswegen dachte ich mir, bin ich mal süß und hole ihm sein Lieblings-Getränk. Und vielleicht irgendwie noch Nick-Nicks oder so. Das mag der auch gerne. Ja, jetzt sind wir hier spazieren. Ich habe mir was drüber geworfen. Ich habe meine Bilder gemacht. Bilder sind noch online auf Insta. Ähm, Lamia hat es doch noch hinbekommen, Bilder von mir zu machen. Zum Glück. Und... Ja, wir gehen jetzt wieder zurück. Und dann geht's mit dem Fahrrad los. Ich versuche, euch auch mitzunehmen. Ich nehme euch auch mein Handy mit. Deswegen... Hier ist die Maus. Hier ist die Maus. Oh. Oh. Leute, was ich euch sagen wollte. Ähm, ich kann jetzt auch richtig gut meine Videos alleine schneiden. Ich hatte ja immer Probleme. Ich konnte nie meine Videos, also meine Dateien rüberziehen von der Specherkarte über den Laptop. Habe ich jahrelang nicht kapiert. Das kann ich auch erst seit zwei Monaten ungefähr. Nein, Odin. Odin. Der hört gerade nicht so auf, Lamia. Und, ähm, ja, das kann ich jetzt seit Neuestem. Und seit Neuestem kann ich auch ganz alleine meine Dateien vom Handy aufs Laptop machen. Nein. Bei mir schreit nicht so rum. Ich filme doch. Aber er kommt nicht. Überall dran. Ähm, meine Dateien vom Handy aufs Laptop airdroppen. Airdroppen. Und dann auch rüberziehen. Das kann ich jetzt alles alleine. Und mein Video hoch, ähm, hoch, hochladen kann ich auch alleine alles einstellen. Deswegen, Leute, ich kann so viele Videos posten, wie ich will. Ich kann jetzt einfach alles alleine. Nein, ich wollte nicht mehr auf meine Mutter warten, dass die mir hilft. Ich mach alles alleine. Und ich bin richtig stolz da drauf. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. Wir sind da. In der Süßigkeitenabteilung. Leute, die Sachen, die ich wollte, die gibt's hier einfach noch nicht. Da die mit Eistiergeschmack. Och nö. Magst du die? Könntest du? Ja. Also, wir haben einmal Arizona für Mikro. Sie für mich? Ja. Und meine Lieblingsgummibärchen. Die sind super lecker. Und jetzt zeigt Lamia euch die Sachen, die sie gekauft hat. Also, ich hab einmal so einen Eistee geholt. Der schmeckt richtig gut. Wir haben schon die Hälfte weggetrunken. Und einmal so, nimm zwei. Für Klassenfahrt, ne? Ja, genau. Für die Klassenfahrt. Zeig mal noch, was für die Klassenfahrt ist. Ähm, die Klassenfahrt ist noch das hier. Also, das ist auch für die Klassenfahrt, ne? Ja, das ist auch für die Klassenfahrt. Das sind so vier sicher. Und jetzt hast du für dich zu Hause geholt, Schaus. Genau. Einmal diese Märchenprinzen-Dinger. Auch nimm zwei. Mag ich gar nicht. Die sind richtig lecker. Ne. Und, ähm, noch für zu Hause ist. Die sind lecker. Ja, die sind wirklich lecker. Und für Carlos? Und für Carlos haben wir natürlich andere Westerfüller. Qua Oreos mit Doppelfüllung. Ja. Wir haben heute Montag. Ähm, ich war schon in der Schule. Dann war ich schon im Gym. Hab heute Po trainiert. Aber irgendwie war es heute so schwer für mich. Keine Ahnung. Ich hatte die ganze Zeit Herzrasen. Es war einfach zu warm, zu anstrengend. Und sowieso hatte ich eine Jogginghose an. Und ihr wisst, ich kann mein Po nicht in Jogginghose trainieren. Sondern nur in kurzer Leggings. Ähm, mir ist auf jeden Fall richtig übel wieder. Mir ist irgendwie schlecht. Ich muss auf jeden Fall heute Mittagsschlaf machen. Und mein Zimmer aufräumen. Und noch ein paar Sachen erledigen. Und, ja, heute habe ich meine Noten bekommen. Ich habe in meiner Deutscharbeit eine 3. Und auf dem Zeugnis in Mathe, oh, nee, in Deutsch und Englisch auch eine 3. Und letztes Jahr hatte ich eine, ja. Ja, deswegen ist es richtig gut, dass ich mich um eine Note verbessert habe. Und Leute, ich habe gestern und vorgestern und heute werde ich das, glaube ich, auch noch bestellen, so viel bestellt. Das ist nicht normal. So, ich bin jetzt fertig gemacht. Ähm, so sehe ich aus. Ich habe nur ein bisschen Bronze-Halke-Mark-Concealer. So was. Und, ähm, ja. Jetzt gehe ich raus mit einer Freundin. Wir haben jetzt ungefähr 19 Uhr. Und, ähm, ja, dann bleiben wir so ein, zwei Stunden draußen, trinken irgendwas und reden ein bisschen. Und, äh, ja. Dankanach muss ich auch nach Hause. Das heißt, ich darf nicht so lange draußen bleiben, weil ich muss noch Physik lernen, weil morgen schon haben wir einen Test. Ich habe schon gerade ein bisschen angefangen, aber das ist wirklich nur auswendig lernen. Und da tue ich mich ja richtig schwer. Also ich kann das nicht so gut. Deswegen versuche ich das hinzubekommen, weil ich will eine gute Note. Ich bin jetzt von der Schule zurück. Wir haben heute Dienstag. Und die Kamera hat die ganze Zeit nicht aufgeladen. Hä? Ist die Kamera kaputt? Das ist nicht so mein Tag. Wir haben heute einen Physiktest geschrieben, für den ich wirklich richtig viel und gut gelernt habe. War im Endeffekt auch nichts. Ich weiß jetzt schon, meine Note, die ist ja sehr schlecht. Das nervt mich ein bisschen auch, weil das Zeugnis ja jetzt für mich sehr wichtig ist. Geht mir das richtig auf die Nerven. Deswegen ist meine Note nicht so gut und ich habe auch ein bisschen Halsschmerzen. Aber ja, was soll man machen? Ich hatte heute einen Plan und zwar, dass ich meine Fußnägel machen gehe, weil jetzt auch Sommer anfängt. Und ich dachte mir halt, das ist cool. Und das ist auch echt relativ günstig gewesen. 38 Euro wollen die dafür. Mit Schülerrabatt dann nur noch 33 Euro. Und ja, aber die schreiben irgendwie nichts zurück. Ich hätte gerne einen Termin um 17 Uhr. Dann müsste ich in zwei Stunden meinen Bus gehen. Deswegen sollen die mir mal so langsam antworten. Wenn ich dann direkt auch in der Stadt bin, das ist nämlich nicht in meiner Stadt, sondern ich muss mit dem Bus fahren. Dann gehe ich auch direkt mal zu H&M und gucke mal nach einer Sonnenbrille, weil ich will die ganze Zeit schon eine Sonnenbrille haben. Hier ist gerade ein Douglas-Paket angekommen. Und diese zwei Sachen hier drin, das sind Skincare-Sachen. Da ist das einmal eine Eye-Cream, so eine Gel-Cream. Und das ist so ein Serum, das riecht an Wassermelone. Ich habe mich überall gesehen auf TikTok, dass es auch amerikanische Leute benutzen. Und ich dachte mir, ich wollte ein paar neue Sachen ausprobieren und habe mich mal dran getraut und probiere die Sachen mal aus. Leider habe ich keinen Termin bekommen. Die haben nämlich spontan gesagt, also mein Termin wäre um 17 Uhr gewesen. Die haben leider spontan gesagt, dass es erst ab 18 Uhr geht. Deswegen bin ich nicht gegangen. Deswegen gehe ich wahrscheinlich morgen und hoffe, hoffe, dass das auch morgen klappt. Weil ich am Wochenende vieles vorhabe und ich eine viele schöne Füße möchte, weil ich hier schwimme. Und dann fühle ich mich auch einfach wohler und schöner. Aber ich war bei H&M und da bin ich sehr, sehr für Nick geworden. Ich habe euch ja gesagt, dass ich vor ein paar Tagen Bikinis bestellt habe bei Zalando. Das waren vier Stück für 80 Euro. Zwei Hosen, zwei Oberteile. Und allein schon die beiden Hosen haben über 20 Euro gekostet. Und ja, die sind auch noch nicht angekommen. Und ich dachte mir, bevor die sowieso nicht passen, weil da bin ich immer ganz vorsichtig. Ich musste das immer am besten einfach direkt anprobieren. Und ich die dann zurückschicke und dann wieder warten muss, aber ja eigentlich schwimmen gehen will und keine Bikinis zu Hause habe. Da dachte ich mir, ich nehme die jetzt von H&M mit. Die saßen auch zu 100 Prozent, so wie ich es mag. Oben, da bin ich auch sehr empfindlich. Ich mag eigentlich nur so eine Bikini-Form oben. Und die habe ich da auch gefunden. Und ich bin mega, mega happy darüber. Und eine Hose habe ich auch gefunden, die so gut sitzt. Ich zeige es euch einfach mal direkt. Erstmal fange ich an mit einer Hose, die ich gekauft habe. Die habe ich ganz spontan gesehen. Ich habe gar nicht danach gesucht. Die sieht so aus. Das ist so eine, wie sagt man das, so ein bisschen so vintage. Sieht ein bisschen aus wie ein Rock, ist aber eine Hose. Als Cargo-Style. Also die sieht sehr cool aus, würde ich einfach sagen. Und hinten hat die halt nichts. Die ist auch etwas knapper. Also ihr seht ja schon, die ist sehr, ein bisschen nicht so viel Stoff. Also die geht sehr so. Aber ich habe sie anprobiert und da guckt zwar nichts unten raus. Aber sie ist schon knapp, aber macht ja nichts. Ich habe mir eine Sonnenbrille geholt, weil das war ja der eigentliche Grund, warum ich da hin wollte. Die hat übrigens 10 Euro gekostet. Und die finde ich super. Ja, zum Glück habe ich eine coole gefunden. Und jetzt kommen wir zu den Bikinis. Einmal habe ich diese Bikinihose hier geholt. So sieht die aus. Und man sieht schon, dass sie eine Megafigur macht. Also ich habe die auch alles anprobiert. Es macht wirklich so, also das kann man so über die Hüfte ziehen. Und dann sieht das halt so gesnatcht aus. Es ist zwar hinten sehr eng, also dünn, also man sieht den ganzen Po. Aber ich muss sagen, ich bin mir bewusst, dass ich erst 15 bin. Aber wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich mit sowas... Was heißt, wenn es diese Bikinis gibt, wo es so hinten so ist, der Hälfte vom Po bedeckt ist und die andere Hälfte unten nicht zum Beispiel. Also ihr wisst schon, diese normalen Bikinihosen, die so hinten breiter sind. Da fühle ich mich immer sehr insecure, weil da mag ich meine Figur gar nicht drin. Und hier habe ich sie jetzt wirklich gemocht und so auch mal das erste Mal akzeptiert unten rum. Weil ich wirklich 14 Jahre lang immer von meinem Vater die Badehose angezogen habe. Und mich nie getraut habe, irgendwie sowas anzuziehen oder diese breitere. Ja, und die habe ich anprobiert und da habe ich mich wohl gefühlt. Und ich freue mich mega, dass ich mich wohl gefühlt habe. Weil endlich kann ich mal einfach so nur, einfach nur diese Hose anziehen. Boah, der wird... Also das klingt ein bisschen... Das ist verliebt, aber der wird so gut zu meiner Hautfarbe passen, weil ich werde ja im Sommer ganz, ganz schnell braun. Und ich bin ja eigentlich Natur... Ein bisschen habe ich mehr Farbe, sage ich mal so. Ich bin jetzt nicht so braun-braun, aber ich habe ein bisschen Farbe. Und es kommt mal am Mittag noch wieder. Ich wurde... By the way, ich wurde mal so blass, weil ich immer nur im Keller war. Die letzten zwei, drei Jahre... Okay, ja, 2019, 2020, 2021 war ich wirklich immer nur in meinem Zimmer im Sommer. Deswegen habe ich meine Farbe irgendwie verloren. Ich habe keine Sonne abbekommen, deswegen... Man sieht schon ein bisschen den Unterschied, glaube ich, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich mir den hier geholt. Und ich sage euch, die hier mit sowas unten und mit Schnüren hinten und um den Nacken. Und einfach diese Form sieht bei mir einfach am schönsten aus und ich fühle mich da einfach am wohlsten. Und dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsbikini. Und das hat auch so einen festeren Stoff und ich mag das, weil dann guckt nichts raus. Also keine Nippis, ne? Auf jeden Fall ist es auch der gleiche, also das gleiche Modell, sage ich mal hier, mit diesen Schnüren. Und ich glaube, das wird mir auch ganz gut stehen. Und das sieht einfach so schön aus und ich bin mega happy darum. So Leute, wie ihr seht, geht es mir nicht gut. Ähm... Ich hatte gerade wieder so einen Zusammenbruch. Ähm... Ich gehe auch morgen zum Arzt. Und wenn ich da bin, weiß ich mehr. Ich will euch jetzt nicht so stehen lassen und euch sagen, oh mein Gott, mir geht so scheiße, aber sag euch nicht warum. Ich wollte das hauptsächlich hier reinpacken, weil wie viele auch immer schreiben, oh mein Gott, dein Leben ist so perfekt. Absolut nicht. Ich möchte einfach auch euch zeigen, dass... Wenn es von außen so rüberkommt, eigentlich muss es nicht immer perfekt sein. Ähm... Wenn ich morgen mal im Arzt war und ein bisschen mehr weiß, dann werde ich euch das ganz bald erzählen. Ähm... Mehr kann ich dazu momentan gar nicht sagen. Ich will mich einfach wieder in mein Bett legen. Ich wollte euch einfach mal zeigen, dass nicht immer alles gut läuft. So Leute, wir haben jetzt, ähm, den nächsten Tag und morgens. Ähm... Ich habe jetzt direkt einen Zahnarzttermin und wir haben auch beim Arzt angerufen. Leider haben die erst, ähm, am 26. einen Platz. Ähm... Das ist in den Ferien. Bisschen doof, aber, ähm... Ja, bis dahin, bis dahin warte ich dann einfach. Und... Ja, aber das Einzige, was ich jetzt gerade noch sagen wollte, ist, dass ich mich jetzt auch verabschiede von euch. Und ich hoffe, euch hat der Blog gefallen und dass ihr uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!